Alles klar, so. Take one! Super, jetzt werden wir die Bossbox aufmachen können. Ja komm, das mach ich jetzt. So, das Box, das Box. Setz dich ruhig hin. Musst nicht stehen. Bossbox! Okay, wir müssen jetzt anfangen zu reden. Nee, mach jetzt erstmal das Spiel auf. Soll ich jetzt das Spürf machen? Nein, ich will mir erst... Na gut, stell dich vor. Ich mich vorstelle. Ja, stell dich vor. Nein, das ist doof. Doch. Warum müssen wir so eine richtige Einleitung brauchen wir? Nein! Achso, nein. Okay, ähm... Hallo YouTube! Lassen wir die Einleitung einfach weg? Nee, also... Okay, so, fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt ein bisschen weird, weil wir das zum ersten Mal machen. Ein Let's Play, ja? Ein Let's Play. Ein Spiel, das ihr wahrscheinlich nicht kennt. Ja, das wird wahrscheinlich kaum jemand... DPS. Ähm, kaum jemand kennen. Ähm, kurz vielleicht noch zum Anfang. Also, das... Was wir hier machen, ist nicht wirklich ein Let's Play per se. Ja, im Sinne, wie man es kennt. Ähm... Vielleicht auch, wenn es jetzt manchen langweilen mag. Kurz, wie das zustande gekommen ist. Wir spielen viele Adventures die ganze Zeit. Alte DOS-Spiele. Und, ähm... Wir haben immer sehr viel Spaß dabei, weil wir eigentlich sehr, sehr viel Schrott umeinander labern. Und wir haben uns irgendwann mal überlegt, das müssen wir aufnehmen. Das, äh... Mag vielleicht dem einen oder anderen auch gefallen und amüsieren. Und deswegen... Und falls irgendwas offensiv ist, entschuldigen wir uns schon mal im Voraus. Ja, genau. Ähm, also politische Korrektheit oder, ähm, ist bei uns nicht gegeben. Und der ein oder andere böse Spruch wird wahrscheinlich auch fallen. Vielleicht schneiden wir das noch raus, weil... Zum Teil ist das wirklich übel. Der... Tänne. Ja, gut. Ich bin der, 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 der Nebensprecher da. Neben dem eigentlichen Zocker. Ich bin Dommy. Ja. Und... Eißig. Ja. Und, äh, ich bin Daniel. Ich bin der, wo auch die Maus bedient quasi. Und, ähm, quasi das Spiel spielt. Und ich bin der, der die Rätsel löst. Meistens, ja. Also, jetzt fangen wir aber langsam an. Äh, wir spielen Noctropolis. Ähm, das ist ein altes, altes Adventure. Ziemlich kurz anscheinend. Aber qualitativ muss es recht gut sein. Du nimmst es schon auf, oder? Ich nehm's... Nein, ich nehm's noch nicht auf. Verdammt. Okay. Mach's aber Stopp bei dir. Moment.